Den Ball und das T-Shirt habt ihr ja jetzt alle schon gekommen, ne? Bild haben wir auch gemacht. Oder? Haben wir Bild gemacht? Bild haben wir gemacht. Anni hat gemacht, ne? So. Und jetzt haben wir gesagt, was geben wir euch jetzt? Hat es euch überhaupt gefallen? Ja! Ja! Kommt ihr nochmal wieder? Ja! Na ja, mal gucken, wenn wir ein paar von der 13 noch haben, dann können wir drüber reden. Ja, also im Sommer ist wieder. Wollen wir wieder planen? Ja! So. Du schießt hier, als Erste. Damit du immer an uns denkst. Schlüssel, Band und Kugelschreiber, was auch nicht. Könnt ihr eh umsonst rein morgen. Bei uns, 14 Uhr. Und jeder darf zwei Elternteile mitnehmen, okay? Gießen wir zwei Elternteile? Zwei Elternteile. Gibt es eine Liste an der Kasse. Jeder, der hier macht, kann seine Mama und seinen Papa mitnehmen. Ihr kommt eh umsonst rein. Alle Kinder unter 14, kommt ihr umsonst rein. Guck, das Pokalspiel, richtig? Dann machen wir die dritte hier, ja? Ähm, Jungs, wir hatten ja hier zwei Trainer, wa? Wart ihr mit denen zufrieden? Ja! 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 So! Und auch unsere Trainer kriegen von mir ne Kleinigkeit. Und da ja Stress immer ganz schlimm ist, hab ich hier ein bisschen Nervennahrung, ne? Schokolade ist Nervennahrung. Vielen, vielen Dank! Dankeschön! Na ja, bei dir ist die Elfte der Verpackung. So, wir bedanken uns bei den Trainern und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Jährigen zum großen Teil wieder. Dankeschön! Ja? Ja? Ja, mach sie! 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 Ja, mach sie!